ETF auf den MSCI World Globale Diversifikation mit einem Investment Der MSCI World Index gilt als einer der wichtigsten globalen Aktienindizes, da er die Wertentwicklung von Unternehmen aus 23 Industrieländern abbildet. Investoren können über Exchange Traded Funds, ETFs, einfach und kostengünstig in den Index investieren. Allerdings gibt es auch Kritikpunkte am MSCI World Index. Ein Hauptkritikpunkt ist, dass der Index stark von den USA dominiert wird, da amerikanische Unternehmen den größten Anteil am Index ausmachen. Dies führt dazu, dass die Performance des Index stark von der Entwicklung der US-amerikanischen Wirtschaft abhängt. Zudem sind einige Branchen im Index über- oder untergewichtet, was die Diversifikation beeinträchtigen kann. Als Alternative zum MSCI World Index bieten sich daher andere globale Aktienindizes an, die eine breitere Diversifikation bieten. Beispielsweise der FTSE All World Index, der mehr Länder und Branchen einschließt und somit eine ausgewogenere Aufteilung der Investments ermöglicht. Auch der MSCI ACWI Index, der sowohl entwickelte als auch Schwellenländer umfasst, kann eine Alternative darstellen. Investoren sollten daher bei der Auswahl eines ETFs auf einen globalen Aktienindex nicht nur auf die Kosten und die Performance achten, sondern auch die Diversifikation und die Gewichtung der einzelnen Länder und Branchen berücksichtigen. So können sie ihr Portfolio optimal diversifizieren und das Risiko streuen. So können sie ihr Portfolio optimal diversifizieren.